Das ist jetzt besser, Leute? Die Map ist irgendwie geil, Mann! Gefällt mir. Also mit der MP5 auf diese Range kann ich mir klemmen, Alter. Na, kommen Sie! Hören Sie auf! Schön hat Frag, Bruder. Besser, sehr gut, Leute. Let's go. Oh, die sind alle fast tot, Bruder! Ich glaub, ich brauch wieder die OP-Waffe. Ich glaub, ich brauch wieder die ACR. Ah! Das Game macht so Bock, Rebell. Ja, tu das! Ich stell mal so vor, so Community-Battles. Streamer gegen Streamer-Battles. Dass die alle mit mehr Leben reingehen, das nervt mich. Ich weiß, dass ich ungefähr vier Oberkörper-Treffer brauche mit der ACR. und teilweise muss ich den so oft gefühlt sogar ins Gesicht schießen, damit sie sterben. All right! All right! All right! Ja! Eigentlich müsste man die ACR immer freigeschaltet haben, ne? Kann das sein? Jetzt? Dadurch, dass du durch den neuesten Patch... Du hast alles freigeschaltet. Du hast alles aufgeschüttelt. Du hast alle Waffe. Hier doch Scherben da hinten jetzt. Juppie! Schön. Oh! Ja! Beide sind gestorben, oder? Jawoll! Wuhu! Alter! Einfach wenn du weißt, du wirst sterben, einfach die E auf den Boden hauen. Und dann verbrennen die Gegner. Aua! Aha! Kann das vielleicht jemand ganz kurz beproven, dass alle Sachen freigeschaltet sind bei jedem, oder war das jetzt ein Bug für einige? Eigentlich nicht. Also eigentlich müsste es jetzt jeder freigeschaltet haben. Ich denke auch. Let's scorch some Earth! Oh ja! Friendly's going for Zone B. Zone secured. Die kommen von rechts hier irgendwo. Hostiles on the scope in Zone B. Ja? Und die, äh, die Character Animation müssen noch ändern. Also die sind... Ne. Capture Zone secured. Hm. Dadurch verheble ich auch manchmal, weil die einfach... sich so komisch bewegen. Das fühlt sich einfach... Shotgun. Äh. Alter macht die Shotgun viel Schaden! Digga! Ja. Es gab... Es gibt leider keine Beta Keys mehr. Also zumindest jetzt gerade nicht bei mir und ich weiß nicht, ob andere Streamer noch die Möglichkeit haben, aber ich habe gehört, dass das nicht mehr gehen soll. Aber es gibt bestimmt woanders noch Zugänge. Hostiles on the scope in Zone B. Friendly's going for Zone B. Aber viel wird in der Mitte gekämpft, ne? Rund um B. Ja, wenn sie da hinkommen, dann ja. Sie sind die ganze Zeit bei C, weil sie da nicht rauskommen und spawnen gerade. Ah! Oh! Okay, via Twitch gibt es keine Keys mehr, aber es gibt bestimmt über Hardware-Seiten oder so... Also das habe ich zumindest die letzten Tage gesehen, da wurden immer mal Keys rausgehauen. Auch... Ich habe heute Morgen einen Tweet gesehen und wie dieser Key kann tausendmal eingesetzt werden. Also die ersten tausend Leute, die den Key nutzen, kriegen halt ein Copy. Ich habe noch Keys, darf ich einen Link posten? Äh, wo führt denn der Link hin, wenn ich fragen darf? Äh, schickt erst gerne mal den Mods einmal und die können es dann ganz kurz double checken. Das wäre sehr lieb. Danke dir, Mann. Also tatsächlich, wenn ich das hier gerade spiele, kriege ich wieder Bock auf Division irgendwie. Es war ein gutes Spiel immer, muss ich sagen. Also... Aber einmal durchspielen, finde ich, hat echt Spaß gemacht eigentlich damals. Ja, den ersten auf den Fall da. Ah! Anyway, gibt es auch noch draußen einen Account. Okay, nice! Ähm... Ich glaube, Zwiebel müsste gerade noch da sein. Er ist Moderator. Da könnt ihr theoretisch den Link kurz per Direktnachricht hinschicken. Das blau ist. Das ist süß. Das wäre schon ganz cool, glaube ich. Ich kann ihn dann auch für deinen Chat gerne teilen einmal. Den Key. Beziehungsweise den Zugang. Okay. So, ich nehme C ein. Wir haben alle! Oh, auf geht's. Wir sind einfach krass, Mann. Da oben war ich noch nicht so. Dann holen wir das nochmal nach. Ah Leute, die sehen mich. Danke schon, Parla. Beziehungsweise danke schon, Spiebel. Ich glaube, das war gerade der Spawn da hinten. War sehr unlucky für sie. Ob wir drei Minuten Key bekommen. Geil! Sehr geil! Zone secured. Capture Zone secured. Revenge kill. A professional courtesy. Auf Bein. Wir haben unsarla choix. So lange ins Leer. Wir intelligence nicht mehr. Wir haben individualer Korrekt, aber wir brauchen eine B-flucht. Wir haben D-flucht. Für die Zeit. Wir haben D-flucht. Wir haben D-flucht. Wir sind auf Bein. Ich bin aber auch im Modus. Du bist einfach im Modus. Und das ist so geil. Alter, ich rede auch einfach zwei Minuten gar nichts, Mann. Weil man so krass konzentriert ist. Aber es macht so viel Spaß. Es ist so geil. Falls ich es richtig verstanden habe, kann jeder einen Zugang, hat auch Leute einladen. Ah! Das ist auch echt viel ganz knall. Lo, lo, ich wollte eigentlich v-drücken. Ich würde eigentlich mit dem Messer zuhauen. Jawoll. So, ich kann den Reload canceln? What? Ich kann den Reload einfach canceln. Falls geil ist. Du klickst einfach linksklick. Und dann unterbricht der quasi. Wie geil ist das? Das gab es schon lange nicht mehr, oder? In einem Game. Bei COD sprintest du, naja, wohl. Jetzt beim neuen nicht mehr. Aber sonst bist du einfach immer kurz losgesprintet. Und dann hat es abgebrochen. Aber das haben sie mit MV2 jetzt auch wieder rausgenommen. Ja, Mann. Ja, stimmt. Warum auch immer. Weiß ich nicht. Das, das krasse halt auch an der Sache ist einfach, ähm, Axie Fallen fühlt sich so, so schnell an. Und dann gehst du zu werden und zurück und das ist halt komplett wie Tag und Nacht, Mann. Das ist einfach... Und dann legen wir noch mal. Vielen Dank.